auch erledigt ja ich bin auch tot das war so ein Babyschleim aber ich konnte nicht mehr rechtzeitig zum Schwert wechseln das ist das größte Problem warte mal kann man hier auch mit Hotkeys arbeiten 1,2,3,4 und so oh shit aber ich benutze eh nicht okay ich werde in Zukunft immer Hotkeys benutzen wie dumm bin ich eigentlich verdammt ich versuche immer mit dem Mausrad möglichst zum Schwert zu wechseln und dann fail ich rum und ne ich klicke ah ich bin doof ich bin einfach nur doof kann ich nur zustimmen ich wollte gerade sagen bitte keinen Kommentar darüber aber das war wohl zu spät ah ich hole noch schnell Dynamit habe ich ganz vergessen ja hast du Geld? jo 2 Gold und ne ich habe ja die Hälfte auch wieder verloren da unten man 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 ich bin eigentlich am Geld verlieren ich erblicke schon gar nicht mehr wo mein Geld liegt ich mache mir erstmal ganz viele Kupferbarren hier wow ey ich hör es schon ey klick 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 kl war P-Gags. Echt? Ja. Dumm bin ich eigentlich. Nur das Schwert ist aus Holz. Rücke ich bin ultra dumm ich hab mir das Ding grad hergestellt. Verkauf. Ich bin hier unten fast wieder verreckt. Ganze zwei HP hab ich noch. Oh, da kam der Wurm. Da wieder dasselbe Stelle, da liegt Gold und so. So, na, skipp mir mal HP und du Demolitionist Dingenswomens. Boah, wir sterben eindeutig zu oft. Viel Spaß nachher beim Zählen. Oh man. Muss ich das wirklich zählen? Ja. Verdammt. Für die Wissenschaft. Na, da ich mir das alles sowieso im Nachhinein neu anschaue, wird das wohl kein Problem sein. Hast auch nichts zu tun, oder? Ja, ich muss es mir im Nachhinein anschauen beim Rendern. Ja, nice. Goldschwert lohnt sich definitiv. Naja, du hast ja schon seit Ewigkeiten eins. Äh, ich hab Silke. Was ist Silke? Seide. Achso. Mach ich mir auch schnell ein paar. Ist eigentlich ne gute Idee. Kannst du mir die schnell geben? Jo, ich hab noch einen. Mir fällt aber grad auf. Ja. Wo ist denn die Seide? Ach ne, ich kann ein Bett machen. Nice. Echt? Ja. So, wo legen wir das hin hier hin? Mach das mal oben. Obwohl, ne, wenn wir mühen wollen. Hier hin, machen wir hier hin, oder? In die Mitte. Mit der Krankenschwester. Mit der Krankenschwester. Äh, fertig. Spawn Point Set. Hooray. Spawn Point Set. Mein Spiel ist wieder bei 30 FPS. Was zur Hölle? Warte mal, eine Sekunde. Klack, klack. So, jetzt ist es bei 60. Ja, jetzt geht's wieder für die paar Sekunden auf 3 runter. Was wir vorhin schon hatten. Und jetzt ist es wieder. Du leckst ja auch durch die Gegend, ey. Ja, jetzt hab ich's wieder. Okay. Die Sache ist die, wenn's auf 30 FPS läuft, dann ist das Spiel nicht intelligent genug, äh, ähm, halt, äh, halt, ähm, äh, zu stocken, sondern es läuft einfach halb so schnell. Deshalb muss ich das ums Verrecken auf 60 FPS aufkriegen. Ich hab nur die ganzen Edelsteine, die ich verkaufen kann. Das wird 10 Silber. Toll. Ja, mach das mal. Ich muss mir hier schnell mein Dynamit hochbekommen und das dann verwenden. Hooray. Okay. Ich hab ein Gold, kann ich mir noch zwei Dynamit holen? Das ist toll. Total. Ja, wirklich. Die tolle Musik. Stirb, Wurm. Ich hab ihn umgebracht. Stirb, roter Schleim. Ich hab ihn umgebracht. Stirb, roter Schleim. Ich bring sie alle um. Sehr schön, machst du das. Na komm, Zombies. Und du hast ihn umgebracht. Noch nicht. Ich hab, ich hab ihn nur gehört. Nicht gesehen. Dieses Loch, wo wir sie reingeschubst haben. Wo war'n das? Na ja, ich, ich lauf mal hier ganz runter bis zu dem Loch hin. Ich glaub' das Geld ist hier schon weg. Ich weiß noch ganz genau, wo ich gestorben bin. Wir werden ja gleich sehen, ob das Geld weg ist. Geht kaputt, ihr Blöcke! Oh, ey. Kaum bin ich hier, kommt so ein Skelett entgegen. Voll ätzend. Ah, wie schlecht ich bin. Na, das Geld ist noch da. Ich hab's. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hab'n Enterhagen? Geh kacken würde ich schon sagen. Ich hab' nämlich keinen. Ja, ich hab' noch Dynamite benutzt. Ja, hier geht er noch links weiter. Oh, hier sind noch total viele Vasen und so. Hooray. Na. Ich seh' nichts. Kannst mal eben kommen, ich hab' hier ein kleines Problem. Ne. Ah. Ja. Ich steh' hier im Dunkeln und hau' einfach nur zu. Ja, ich steh' hier grad in irgendwas, wo ich keine Ahnung hab' wo ich bin. Ja, geil, ich hab' wieder Geld verloren. Das ist nicht von Vorteil. Ja, wenn das im Dunkeln ist, da kommen auch immer mal so 50 Schicho auf einen zu. Das ist tatsächlich nichts von Vorteil. Wenigstens funktioniert der SpawnPunk. Ja, das ist gut. Ja, ist schon mal gut zu wissen. So, dann komm' ich hoch. Merke Dynamit nicht markiert lassen, wenn man's nicht benutzt. Da sind mir schon viele Unfälle passiert. Da sind schon viele Häuser draufgegangen. Das Spinnennetz, bitte. Farm ist ab. Man kann nie genug hier Betten haben. Auch wenn man nur eins benutzt. Oh. Hier ist ein Wurm. Wo bist du eigentlich gerade? Ah, unterwegs. Ich glaub', ich hab' deinen Todespunkt gefunden. Das ist sehr schön. Mother Slime heißen diese Viecher, ey. Ich glaub', ich bin grad' an meinem Todespunkt. Ja, hier war das. Ja, siehst du mich? Ja. Ah. Ah. Kannst du mal runterkommen? Nein. Du bist ein Held. Ja. Wie, wie, wie soll ich denn das eben da wegmachen? Du bist echt ein Held. Wie löse ich das denn bloß jetzt? Ja, ich komm' wieder. Ich sterb' wieder. Ich muss mal kurz, äh, mir Holzplattformen machen. Ich brauch' so'n Auto-Click-Bot, der mir hier automatisch 200 Mal draufklickt. Mhm. So, 50 Stück. Kann ich hier unten ein bisschen weiterbauen, die Plattform. Danke sehr. Boah, ich frag mich, zum wievielten Mal ich jetzt hier runter bin. Ey, ich kann die Schleime angreifen von unten hier. Wann? Ja? Durch das kleine Loch durch. Die kommen nicht runter zu dir, oder wie? Ja. Und ein Skelett. Hurra! Komm gleich da. Das Skelett hat leider nichts Wichtiges getroppt. Du Held! Was machst du da? Was? Keine Ahnung. Wollen wir das Geld einsammeln? Das kannst du nicht, weil ich das jetzt eingesammelt habe. Hier oben ist auch noch mal ne Vase. Oh, endlich bei dir. Hab dich vermisst. Hurra! Äh. Hä? Ja? Ja? Nein. Okay, das war dumm. Ich platziere die Dinger jetzt einfach irgendwo. Was ist hier? Hier ist noch ne Schwinde. Boah, ich brauch meinen Minenhelm, ey. So blöd mit ner Fackel durch die Gegend zu laufen, dann wechselst du auf Waffe. Hm. Dann ist es auf einmal dunkel. Dann stehst du da blöd. Lass mir hier nach unten gehen. Jo. Meinst du nach links, oder was? Nach unten einfach. Ja, warte, ich geh rechts rum. Komm, stirb, Schleime. Hier können wir noch unten. Hier warst du schon. Hier ist Wasser. Ich hab grad einige Schleime umgebracht. Ist Wasser, ganz viel Wasser. Jo, was ist Lein? Ach, Mann! Wo bist du denn? Hier an der Seite. Hol dir mal noch die Münzen. Ah, ich komm hier nicht raus. Nass, heil mich. Und, alter Mannhändler. Ne, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Demolitionist für noch mehr Dynamit. Ähm. Verdammt, ich hab nicht genug Geld. Egal. Die Tagesmusik ist witzig. Wow. Ich überlebe das nicht. Ich hinterlasse mal ein bisschen Dynamit hier. Okay. Bom, bom. Wie weit wir uns da nach unten graben, ey. Ach, das geht noch bei weitem viel tiefer. Äh. Mach mir keine Angst. Wir müssen irgendwann mal, wenn wir gute Ausrüstung haben, zu zweit, äh, ganz, ganz weit irgendwo nach rechts laufen. Irgendwann kommt dann so ein Dungeon, wo wir Bosse beschwören können. Aha. Und wir so nach rechts? Wir können auch nach links gehen, aber... Ja, ich mein jetzt, äh, ist das einfach so, dass auf einer Seite dann irgendwann ganz viele kommen? Nein. Irgendwo. Einfach nur ganz, ganz weit laufen. Irgendwann kommt ein Dungeon. Aha. Okay. Aber das ist dann richtig krass abartig, was da für Monster sind, ey. Da gibt's zum Beispiel auch, äh, blaue Kerzen. Also mit, äh, Wasserflamme. Und wenn du die Dinger hältst, äh, angeblich sollen dann die Monster dich nicht mehr angreifen, aber... Okay. Ich bezweifle es. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich hab den Eingang zu einer weiteren Mine gefunden, glaube ich. Jaa. Wo, wo, wo? Ich guck mal, was hier unten ist, weißt du noch, wo du vorhin ein Skelett da runtergeschubst hast und meintest, wirf mal Dynamiter runter. Jaa. Jaa, hier ist grad das Wasser abgeflossen rein. Jaa, hier ist Eisenerz ganz viel. Oh, hier ist Gold. Eisen ist toller als Gold. Jaa, okay. Oder auch nicht. Oh, Mist. Boom. Oh, hier unten ist noch ein Dungeon. Aber ich hab kein Dynamit mehr und hier graben ist ja nicht. Ah, okay. Also ich kann hier Eisenerz relativ gut rauskloppen. Eisenerz, du bist mein! Hast du Dynamit übrig? Ich würde sagen, Eisenprop-Eisen. Ähm, ne, ich hab kein Dynamit übrig. Das ist sehr schade. Find ich auch. Hast du Geld für Dynamit? Nur ein Gold. Selbst mit dem aufgehobenen Zeug. Du, wie viel Geld hast du? Ähm, 29 Silber. Hä, irgendwie müssen wir mehr Geld bekommen. Ja. Jaja. Ein bisschen tiefer. So, so. Wir müssen tiefer. Ja. Wir müssen tiefer. Ach, da hat mich so ein Wurm umgehauen. Verdammt! Dann komm mal in meine ganz tiefe Höhle rein da unten und buddel weiter. Wo denn? Ganz unten. Oh, ich hab den Wurm gefunden. Oh, man. Dann viel Spaß mit ihm. Ah, den hab ich schon gerade. Iron Bar. Her damit. Siehst du vielleicht an meinem Leben? Ah, so, so. 24 Iron Bar. Was kann ich jetzt damit machen? Äh, kannst du vielleicht mein Geld aufheben? Oh, das ist nur so zweistrangig. Ich mach mir mal so einen, ähm, Eisenhelm. Ich brauch Geld für Dynamit. Ich muss irgendwas verkaufen. Wie hässlich das aussieht, ich schenke dir den Eisenhelm. Hahaha. So, da hast du ein Eisenhelm. Ich kann mir erlauben, sowas zu tragen. Hahaha. Der sieht so hässlich aus. Das geht aber gar nicht. Oh, ich will den Minenhelm haben. Helme brauchst du nicht schmieden. Du brauchst die Errüstung und so. Äh. Minenhelm für 8 Gold. Ja. Minenhelm für 8 Gold. Was kann ich hier denn machen? Es enabled PvP, das heißt, ich kann jetzt. Ne, das müssen beide Aktiviert haben, oder wie? Nein, du musst es wieder anmachen. Oh, warte. Danke, ich hab zwei Goldschwerter. Nein, gib her, gib her. Ich mein zwei Goldschwerter, da. Ich mach an, du machst auch mal an. Wie machen wir das denn an? Escape und dann auf diese beiden Schwerter, die da sind, klicken. Ah, ich geh mal noch aus der Party raus. Aua. Ey. Nicht töten. Hahaha. Scheiße. Ah, ich hab dich tot. 4 HP. Nur weil du das eine Herzen hast. Mach PvP weg. So. Hahaha. Das ist cool. So, jetzt. Na, ist heilen. Ein Silber, zwei Copper. Das ist ja nix, was das kostet. Ich hab wieder PvP ausgemacht und bin in deiner Gruppe. Ich hab PvP ausgemacht. Du hast keine Chance gegen mich. Wie auch immer, ich würde sagen, für diese Aufnahme machen wir hier mal Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Oh. Man hört sich, Leute. Tschüss.